Herzlich Willkommen zurück, liebe Zuschauer zu Empire Total War mit den 13 Kolonien, mit den USA im Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten. An der Stelle noch der Hinweis für alle, die es interessiert, mit jeder kleinen Nation in Empire Total War spielen zu wollen. Da könnt ihr gerne in mein Erklärungstutorial-Video reinschauen, da habe ich genau erklärt, was ihr machen müsst, was ihr downloaden müsst, um dann dort jede Nation spielen zu können, wie zum Beispiel Sachsen, was ich ja in meinen Livestreams auf Twitch parallel aktuell spiele. Okay, aber zurück zu den 13 Kolonien. Wir haben jetzt hier zuletzt ja New York gesichert, das wird gerade hier noch repariert. Da haben wir ja extra drauf gewartet, dass es von den Briten auch ausgebaut wurde, dass wir es nutzen können. Wir haben jetzt hier sehr viele Briten auf der Gegnerseite und hier haben wir jetzt doch eine ganz ansehnliche Armee, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja, wir können uns, glaube ich, erstmal abschminken, mit einer kleinen Armee hier anzugreifen, dafür haben sie zu viele Truppen. Aber dafür haben wir den Rest jetzt hier erstmal einigermaßen sicher. Wir gehen in die nächste Runde und schauen, was die Briten machen werden. Sie marschieren teilweise weg, teilweise in unser Gebiet. Philadelphia wird verstärkt, die britische Royal Navy wird verstärkt. Da kommt eine kleine britische Armee, die könnten wir wieder besiegen. Die Irokesen. Ein Agent wurde in New York rekrutiert. Wir haben einen weiteren Spion. Die Frage ist nur, wo schicke ich den hin? Hier sind überall... Das sieht ja nach so viel Armee aus, aber hier ist es irgendwie zwölf Einheiten und hier nur acht oder sieben. Ich weiß nicht, schicke ich meinen Spion irgendwo speziell mal hin? Ich schicke ihn mal hier so ein bisschen hin. Vielleicht sehe ich dann da noch ein bisschen mehr. So, hier ist wieder eine kleine britische Einheit. Die könnten wir direkt mal theoretisch besiegen. Ähm. Danach erstmal uns in New York nochmal sammeln, würde ich vorschlagen. So, sehr schön. Ach, come on. Wirklich? Wir müssen die Kanonen zurücklassen. Kommen wir wenigstens in New York jetzt mal rein. So. Obwohl wir jetzt hier ein Militärgouverneurslager haben, können wir keine klassische Linieninfanterie ausbilden. Hier schon, okay. Selbst ermöglicht die Rekrutierung von... Eigentlich wäre das schon Linieninfanterie. Hm. Region der Vereinigten Staaten. Oha. Aber wir haben nicht sehr viel Geld. Die Frage ist jetzt, bauen wir Gebäude aus... Wir sollten auf jeden Fall mal hier den Bauernhof reparieren. Hier können wir für 300 mal den Bauernhof bauen. Das ist in Ordnung. Hier haben wir sowieso ein paar kleinere Probleme. Da würde ich jetzt mal zum Verwaltungsgebäude tendieren. Dann ist unser Geld schon wieder ein bisschen weg. Und wir brauchen ja noch ein bisschen an Einheiten. Vor allem Kavallerie ist hier eher schwächer. Wir haben jetzt aber hier eine neue Kavallerie. Ich werde mal noch eine Linieninfanterie in Auftrag geben. Wie viel Kavallerie haben wir denn dann? Eins... Zwei, drei, vier... Hätten wir sogar fünf mit der hier. Die Frage ist, meint ihr, dass die Posten angreifen? Glaub ich jetzt mal erstmal nicht. So. Gute Kanonen können wir erst machen, wenn wir die Kartetschenladung haben. Das könnten wir mal nach dem Ring-Bajonet vielleicht erforschen. Kartetschenladungen für ein bisschen bessere Kanonen. Ja. Ich würde sagen, wir halten erstmal den Kurs. Und gehen in die nächste Runde. Schauen, was die Briten machen. Wir brauchen noch ein paar mehr Truppen. Philadelphia ist halt wieder eine riesige Festung. Das wird nicht so einfach werden einzunehmen. Die Spanier wollen von uns die verbesserte Tierhaltung. Sie geben uns den Empirismus. Ich glaube, den bekommen wir sogar in dieser Runde. Aber was wichtiger ist, sie geben uns 570 Gold. Wegen den Gold nehme ich es an. Äh. Sind die Spanier da gerade mit einer Flotte und einer großen Armee an unser Territorium rangekommen? An unsere Grenze? Das beunruhigt mich etwas. Das sind 13 Einheiten. Leicht Infanterie. Klassische Infanterie. Was machen die Spanier hier? Spanien. Verbündet sind sie mit Pueblo. Wie wäre denn ein Bündnis? Und ihr bekommt von uns 20 Runden Militärzugang. Nee, das wollen sie nicht. Nur ein Bündnis wahrscheinlich auch nicht. Geringer Wert. Ich biete euch... Drei Technologien. Und Militärzugang. Diese Vorschläge sind vom geringen Wert. Ich lasse jetzt mal den Militärzugang weg und biete vier Technologien. Oh, ruhmreicher Tag. Eure Entscheidung wird viel Freude und Wohlstand unserer beiden Völkersäugen. Ich hätte jetzt die Technologien auch verkaufen können. Aber mir ist jetzt dieses Bündnis ehrlicherweise viel wichtiger. Ne, wir wollen nicht euch den Krieger erklären. Okay. Kann ich euch jetzt nicht einfach schenken, Zugang anzubieten? Ja. Fünf Runden habe ich ihnen jetzt mal geschenkt. Vielleicht landen sie bei mir und greifen ja dann die Briten an. Das wäre erstmal ganz spannend. Wobei, dann könnten sie uns natürlich auch eine unserer Provinzen wegschnappen. Aber gut. Wir können mit den Irokesen auch Handel treiben. Das sollten wir tun. Ähm, meint ihr, die zahlen mir ein bisschen was dafür? 400? Nein, das wollen sie nicht. Ich kann eurem Tauschgeschäft nicht zustimmen. Mein Volk würde mich... Was? Abstechen? Das habe ich, glaube ich, falsch gelesen. Ich biete euch noch eine Technologie. Ja, sehr zufriedenstellend. Sehr schön. Diplomatie läuft. Wir verdienen auch gerade ganz gutes Geld. Genau, ich wollte doch hier noch das Kolleg bauen. Und in New Haven... Warte mal, New Haven war hier. Da muss ich eh das Kolleg bauen, dann bauen wir jetzt hier noch Kartetschen. Ja, wir können gerade nichts anderes bauen. Ich muss jetzt mal den Bauernhof ausbauen, tatsächlich. Und hier ist der Fischerhafen. Hier brauche ich noch die Arbeitsteilung. Für die Arbeitsteilung... Was brauche ich denn dafür? Oh, entschuldigt. Ich weiß nicht, wieso es uns gerade rausgeworfen hat. Ähm... Ich bin verwirrt, was wir für die Arbeitsteilung brauchen. Wahrscheinlich auch das Kolleg. Dann bauen wir doch mal so einen Fischerhafen hier noch, dass Boston wachsen kann. Und hier würde ich gerne noch ein Verwaltungsgebäude bauen. Damit sind wir schon wieder... Arm dabei. Haben hier wieder nur die befestigte Artillerie, die uns nichts bringt. So. Können hier noch ein paar wenige Truppen verbessern. Hier könnten wir vielleicht noch... Na gut, die Marine, das ist nicht so wichtig. Aber wir können auf jeden Fall hier noch eine Runde mal warten. Und dann überlegen, ob wir Philadelphia angreifen. Es gibt halt sehr viele Kanonen und das in der Festung. Was nicht so leicht werden wird. Aber dann ansonsten ist, glaube ich, Philadelphia bereit, erobert zu werden. Wir bräuchten dann aber halt ein paar Truppen, die dann, äh... Albany, New York hier, verteidigen. Ich könnte hier Truppen noch eventuell abziehen. Weil, wie gesagt, hier sind eh zu viele Truppen. Da kann ich noch nicht angreifen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich lasse mal hier zwei Einheiten zurück. Und würde die dann schon mal dann hier dazu schicken. In die Nähe. So. Die Einheit auch schon mal dazu. Beziehungsweise, das können wir auch schon mal ein bisschen austauschen. Die billigen, oder billigen, ja in Anführungszeichen billigen Minutemen. Und dafür nehme ich noch eine Linieninfanterie und eine Einheit Dragona dazu. So, ich glaube, eine Kavallerie können wir noch mit einer Dragona-Kavallerie austauschen. Die sind schon stärker, oder? 7, 6, 6. 11, 5, 5. Also die provinzielle Kavallerie hat einen Angriffsbonus. Nahkampfangriff 9. Nahkampfangriff 7. Also sie sind im Nahkampf besser tatsächlich. Die sind halt im Schießen gut. Ich bin halt, aber sie sind halt auch mehr. Sie sind 60. Ich bin nicht so der Fan von Dragonern. Das ist so... Weiß ich nicht, ob ich das so begeistert von bin. Ich glaube, ich bleibe bei der Armee-Zusammenstellung, wie wir es jetzt haben. Ja, ich glaube, das ist eine schöne Mischung. Dann bleiben die zurück, um New York zu verteidigen. Und in der nächsten Runde marschieren wir dann nach Philadelphia. Ich glaube, das ist eine... Wir verdienen ja gerade ganz gut Geld. Können wir vielleicht sogar ein bisschen... Oh, das wäre aber schon hart ansteuern, was wir verlieren. Ne, wir brauchen das Geld. Ich brauche das Geld. So, mal gucken. Die Briten schicken eine Armee vor. Oh, und sie kriegen natürlich Verstärkung in dem Moment, wo wir angreifen wollen. Selbstverständlich, liebe Briten. Die Franzosen holen sich auch eine Armee. Mal schauen, wo die hinwollen. Und was machen jetzt die Spanier? Die segeln wieder weg. Sie sind gekommen. Wir haben ihm ganz viele Technologien geschenkt und ein Bündnis und dann sind sie wieder gegangen. War das vielleicht eine Abzocke von den Spaniern? Ich weiß es nicht. Okay, Infrastruktur läuft. Bauen wir hier mal noch aus. Wie viele Truppen sind denn jetzt hier? Zwölf. Das geht noch. Es sieht aber nach extrem viel aus. Ich weiß nicht... Hm. Ich hoffe, wie das so vorkommt. Hier sind jetzt zwei Einheiten. Die können wir aber mit dem, was übrig bleibt, auch besiegen. Äh, hier sind noch nicht alle Einheiten wieder bei voller Stärke. Aber ich würde jetzt trotzdem... hier hin marschieren. Das ist alles sehr knapp. Runden bis zur Kapitulation 2. Ich würde fast einfach... warten, die zwei Runden. Wieso sollen wir eine gut befestigte Stadt... angreifen? Ich meine, wir können natürlich auch einfach mal Kapitulation verlangen. Die wurde abgelehnt. Wisst ihr was? Dann werden wir jetzt die Belagerung fortsetzen von Philadelphia. Dann müssen sie uns nämlich angreifen. So, ich greife die hier an. Das können wir, glaube ich, jetzt mal automatisch machen, oder? Ja. Natürlich. Ziehen sie sich jetzt aber so unschön zurück. Mit irgendwas Winzigem noch. Da schicke ich jetzt die Dragone dann hinterher. Und die restliche Armee kommt bitte wieder hier hin. Damit New York wenigstens knapp gesichert ist. Jetzt können natürlich die Armee auf die Idee kommen, New York anzugreifen. Dann hätten wir ein gewisses Problem. Aber gut. So, mehr Truppen kann ich jetzt erstmal noch nicht... hier holen. Dann machen wir mal noch ein Verwaltungs... ...Gebäude. Das Kolleg wird gebaut. Äh, Quadratformation. Stimmt, die kann man echt schon schnell erforschen. Die ist gegen Kavallerie halt nicht so schlecht. Ja, die werde ich mal auch erforschen. Das ist gut, das ist gut. So, wir haben leider noch kein Industriegebäude bisher. Da könnten wir aber jetzt eins erobern. Okay, wir haben noch ein bisschen Geld. Hier könnten sie plündern. Hier oben aber nicht. Deswegen baue ich den Bauernhof dort nochmal aus. Und wir gehen in die nächste Runde. Okay, die Briten marschieren immer noch da oben herum. Das ist erst... Oh, da haben sich schon ein paar Truppen rausgestellt. Die sammeln sich doch bestimmt. So. Das werden wir mal kurz spielen. Weil das... Da war der Balken mir nicht eindeutig genug, muss ich sagen. Obwohl wir mehr Truppen haben. Würde mich jetzt wundern, wenn diese Kavallerie-Gewehrseinheit besser ist als unsere Dragona. Beide können ja schießen. So. Da muss ich, glaube ich, nicht viel machen. Ich stelle sie nur gleich mal länglich auf. Hä, Nahkampf? Ich dachte, Dragona... Da stand doch immer Reichweite, oder? Ich bin verwirrt. Ich dachte, Drag... Dann sind Dragona doch... Nahkämpfer. Ich dachte, das wäre ein Fernkämpfer. Okay, dann habe ich mich da getäuscht. So, die schießen jetzt gleich auf uns. Oder? Ja, da habe ich drei Truppen verloren. Ist nicht so schlimm. Oder vier. Oh, die halten sich aber. Während wir hier immer mehr verlieren. Sag mal, wieso halten die sich so gut? Jetzt, jetzt verlieren sie auch ein paar. Aber gibt uns doch ein paar mehr Verluste, als ich das gehofft hatte. Sechzehn. Da müsste doch jetzt auch mal die Moral von denen fallen. Ah, der reitet weg. Hä? Unsere Moral wankt? Wieso? Ja, jetzt wankt deren Moral nämlich. Und es wankt unsere Moral wieder. Kommt schon. Fünf. Es sind noch fünf Gegner. Wenn die uns jetzt in die Flucht schlagen. Okay, wir haben gewonnen. Aber beide Truppen fliehen. Und beide, ich sag mal, Anführer sind gestorben. Das war ja ein ganz komisches Scharmützel. Hä, aber da muss ich jetzt nochmal nachlesen. Oh, die Franzosen wollen endlich das Militärbündnis. Ja, gerne. Die bieten uns sogar Geld dafür. Ja, natürlich. Bitte, greift England an, Frankreich. Tut, was ihr könnt. Die Spanier sind mit ihrer Armee wieder zurückgefahren. So. Technologisch können wir jetzt hier bald auch mal den Fruchtwechsel noch erforschen. Und es wird auch Zeit wieder für ein bisschen, äh, Kavallerie mit rein zu mischen. Warte mal, jetzt nochmal kurz zu den Dragonern. Hier, ach, Präz... Aber... Präzision 40. Dann können die wahrscheinlich absitzen und dann erst schießen, oder was? Keine echte Kavallerie, sondern umberittene Linieninfanterie, die in den Kampf reitet und dann zu Fuß kämpft. Ach so! Also so sollte man die einsetzen. Ihre Pferde verleihen ihnen Mobilität, doch für eine Schockwirkung beim Gegner reicht es nicht. Dragoner brechen nicht in den Gegner hinein, wie wir es jetzt gemacht haben, sondern reiten zu kritischen Punkten auf dem Schlachtfeld, an denen Infanteriefeuerkraft benötigt wird. Dragoner sind mit verkürzten, glattläufigen Vorderladermusketen bewaffnet, die das Nachladen erleichtern. Ursprünglich wurden die Musketen als Dragoner bezeichnet. Ach so! Oh, entschuldigt, dann habe ich das immer falsch verstanden. Also, mit Kavallerie können sie dann nur im Nahkampf kämpfen, aber man soll eigentlich absitzen und sie... Sie sollen dann eigentlich schießen. Okay, ich weiß nicht, was ich von Dragonern halten soll. Ich bin da nicht so der... Ich glaube, ich bin da nicht so der Fan von. Äh, wir werden aber so noch die ein oder andere Miliz mal brauchen, deswegen rekrutiere ich noch eine Miliz. So, bis jetzt gab es hier keine Überfälle. Deswegen... Würde ich jetzt hier, glaube ich, auch mal wagen, den Pelzmarkt auszubauen. Unser Handel ist auch, glaube ich, ganz gut gesichert. Hier will ich noch auf das National Observatorium sparen. Äh, aber hier können wir mal die Bauernhöfe, glaube ich, noch ausbauen. So, jetzt müssen wir noch eine Runde warten, dann wird Philadelphia Unser sein. Die Verstärkung schicke ich mal gleich nach New York. Wir brauchen langfristig einen zweiten General, das steht fest. So, wieso kann ich jetzt die Einheit hier nicht mehr verbessern? Ach, 560, mir fehlt genau 60 Gold dafür. Na gut. Okay. Schön, dann greifen uns wahrscheinlich jetzt die Briten an, bei Philadelphia, schätze ich mal. Oder kommen sie mit ihrer großen Armee vom Nordwesten und... unterstützen Philadelphia. Okay, große Armee ist nach Oberkanada marschiert. Und die Feinde greifen jetzt uns an. Wir haben ja ein bisschen Kavallerie dabei, aber halt leider die Dragoner. Aber auch dreimal normale. Ne, viermal, wir haben viermal normale Kavallerie und diese Dragoner, ja. Das ist sehr ausgeglichen, dieses Schlachtfeld, obwohl wir in Überzahl sind. Wir haben gemerkt, dass diese Stammeshilfstruppen nicht so schwach sind. Aber, ja, und wenn die Kanonen uns mal ordentlich treffen, dann kann die gesamte Infanterie weg sein. Ich werde nicht abspeichern. Wir werden die Schlacht jetzt spielen und wenn wir sie verlieren, dann verlieren wir sie. Aber das... Also, damit rechne ich nicht, beziehungsweise das habe ich nicht vor. Ich habe nicht vor zu verlieren. Wir müssen triumphieren. Wir müssen triumphieren. Schauen wir mal. Wir müssen also das... Warte mal, die greifen doch jetzt uns an, richtig? Kommen die dann aus der Festung einfach raus oder nicht? Weil sonst ist ja echt, äh, unangenehm. Also, kann ich mich jetzt von der Festung weit wegstellen? Also, sehr weit kann ich mich ehrlicherweise auch nicht von der Festung wegstellen. Aber wir gelten auf jeden Fall als Verteidiger. Die Frage ist nur... Ja, ich glaube, hier ist für die Artillerie ein guter... ...guter Spot. Zur Verteidigung. Ich mache mal keine... ...Verteidigungs-anderen Sachen hier. Wir machen das mal so. Jetzt überlege ich gerade, ob ich meine Kavallerie aufteilen soll, um flexibel zu sein. Ich werde die Dragoner trotzdem als Kavallerie, glaube ich, nutzen. Ich weiß nicht, ob die dann deutlich langsamer sind. Das Problem ist, wie gesagt... ...ich weiß nicht, ob sie überhaupt die Kanonen rausschicken werden. Vermutlich ja eher nicht. Werden wir gleich sehen. So, hier ein paar Truppen. Hier ein paar Truppen. Auf jeden Fall hier eine Einheit. Eine Verstärkungstruppe hier. Aber vielleicht noch eine Einheit hier drüben. Aber wir könnten so ein paar Schützengräben machen. Wie gesagt, die haben nur... ...die haben keine Nahkampf-Kavallerie, aber... ...ich muss nur mit meiner eigenen Kavallerie ein bisschen aufpassen. Aber wie soll... ...wir machen das jetzt mal. Meine eigene Kavallerie habe ich ja auch überall ein bisschen verteilt. Der General kommt da hinten hin. So, was macht jetzt der Gegner? Der ist natürlich... ...in der Festung. Wird der jetzt rauskommen? Und können uns die Kanonen treffen? Ich sehe vor allem nur eine Kanoneneinheit. Ach, schau, der Rest ist draußen. Okay, der Rest steht da draußen. Okay, hier stehen auch noch ein paar. Äh, warte mal. Ich habe hier Truppen vergessen, oder? Nee, doch. Eine Einheit. Eine einzelne Infanterieeinheit, die da nicht stehen sollte. So, was haben die da genau? Diese Stammeshilfstruppen. Die sind geschwächt und den Rest an Kanonen kann ich eigentlich alles abballern. Dann versuche ich doch gleich mal die Kanonen anzugreifen. Bevor die da noch mehr schicken. Schau mal an, die Kanonen. Oh Gott, sie schicken sogar... ...die Truppen einzeln in den Kampf. Was machen eigentlich meine Kanonen? Außer Reichweite, oder was? Ja. Ah, hier sind schon ein paar Freischärler. Meine Kanonen schießen. Bitte auf die Freischärler, nicht auf den Rest hier. Hier kommen auch noch mal sieben irgendwie. Jetzt kommt tatsächlich der Rest. Die greifen uns an. Ja, dann habe ich jetzt erstmal gerade nicht so viel Sorge. Meine Kanonen können hier die Gegner schön abschießen. Und der Rest soll kommen. Ich bin auf dem Hügel bestens positioniert. So. Die einen Stammstruppen hole ich mir mal. Mit all meiner Kaballerie, die ich habe. Hier sind noch ein paar übrig. Die sind leider nämlich eben recht stark. Wenn ihr jetzt noch den Zahn zulegt, wäre das natürlich super. Ja, die Kanonen schießen. Und jetzt kommt der Bürger-Mob. Was will die Kavallerie da machen? Sie sind Reichweite. Feuer frei. Gegnerischer General ist erledigt worden von uns. Ah, der war sogar hier. Jetzt kommt noch unsere Kavallerie dazu. Die Verstärkungs-Kavallerie sozusagen. Ja. Das sollte ein leichtes werden. Linke Flanke ist etwas schwach. Da schicken wir mal ein bisschen Verstärkung rüber. So, hier werden wir mal die Truppen neu aufstellen ein bisschen. Okay, perfekt. Das passt alles so. So, aber wie gesagt, so ein Bürger-Mob, der kann ja nicht viel ausrichten. Die fliehen alle. Hier fliehen sie sogar schon zu 18. So, das ist auf jeden Fall schon frei, Scherla. Mutig hier auf den Hügel zuzustürmen. Meine Truppen stehen. Bürger mit Mosketen müssen sich zurückziehen. Gehen wir mal hier in die zweite Reihe. So, meine Kavallerie ist hier. Aber wir können ja immer die größeren fliehenden Truppen jagen. Die Kanonen dürfen mal aufhören zu schießen. Müssten jetzt nicht alle fliehen? Haben wir damit nicht gewonnen? Fliegt noch irgendeine Einheit nicht? Ja. Stammeshilfstruppen, die aktuell noch nicht fliehen. Dann erledigen wir mal noch die hier. Das hat man auch so hinbekommen, glaube ich. Die müssten gleich auch fliehen dann. Ja, jetzt müssen nur noch die anderen fliehen hier. Dann haben wir gewonnen. Sehr schön. So gehört Philadelphia! Uns! Es ist befreit. Für die USA! Eine wichtige Angelegenheit. Gefecht beenden. Glorreicher Sieg. Das war jetzt mal ein glorreicher Sieg, weil... Der war jetzt natürlich nicht sehr knapp. Dennoch, 208 Verluste. Hätte auch ein bisschen weniger sein können. Hätte uns jetzt nicht schon direkt die Stadt gehören müssen? Dann hätte ich ja doch die fliehenden Truppen verfolgen sollen. Ne, okay, es gehört uns schon. So, jetzt brauchen wir das ganze Geld hier nur leider, um alles wieder zu reparieren. Das ist ziemlich... Äh, Alter, ist das teuer. Das ist unser ganzes Geld gerade draufgegangen. Und ich kann auch nicht meine Truppen wieder völlig holen. Okay. So, es wird gerade wieder was erforscht. Verbesserte Granaten? Nee. Einfache Dampfpumpe. Wobei, warte mal. Wir haben ja ganz viele Bauernhöfe. Da macht es Sinn, erstmal den Fruchtwechsel zu erforschen. Auch wenn der 10 Runden dauert. Moral im Gefecht. Moral beim Kommandieren von Infanterienheiten und Pennsylvania ist erobert. Und da haben wir jetzt eben auch... Äh, Eisenwerkstätte, ne? Ja. Und nochmal eine Eisenmine. So, und die Briten kommen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Truppen. Ich selbst habe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus nochmal die Verstärkung. Sollen die Briten kommen. Was mir noch fehlt, ist halt ein General, um ehrlich zu sein, aber... Da muss es halt ohne gehen. Ach, sind die Briten hier immer noch? Mit ihren 2 Schiffen. Die ganze Zeit im New Yorker Hafen. Der Hafen würde uns ja mehr Handel ermöglichen. Ähm. Dann nehme ich doch mal einfach eine hier von den geschwächten Einheiten. Dann schicken wir hier die Briten mal raus. Meint ihr, wir haben eine Chance? 2 Brick. Wir haben eine Schaluppe und eine Fregatte. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Probieren wir doch mal den Angriff. Oh, eine Seeschlacht dauert immer ewig in Empire Total War, bis die Schiffe mal fahren. Deswegen will ich euch das eigentlich ersparen, aber es ist sehr knapp. Brick. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt automatisch und ich nehme das Ergebnis in Kauf. Wenn wir verlieren, dann verlieren wir, dann ist es so. Es ist aber ein Sieg. Sehr schön. Sie haben ein Schiff verloren. Und eins können wir unserer Flotte hinzufügen. Machen wir das doch mal. Wir haben jetzt eine Brick erobert. Jetzt haben wir noch einen Hafen. Das heißt, wir können jetzt auch noch mit den Niederländern Handel führen. Und die sind ja mit den Briten eigentlich verbündet. Deswegen biete ich ihnen schon mal eine Technologie. Ja. Sehr zufriedenstellend. Gehabt euch wohl. Noch mehr Handelsabkommen. Jetzt verdienen wir sogar 8800 mit Pennsylvania und dem neuen Handelsabkommen. Also finanziell stehen wir gut da. Wir können relativ schnell, wenn es gut läuft, nach Süden vorrücken. Hier sind nicht mehr viele Truppen. Und Virginia erobern. Vielleicht sogar hier schnell bis nach Florida runter. Die hauptbritischen Truppen gehe ich davon aus, dass sie sich hier befinden. Äh, in diesen Ohio-Tal. 3, 5, 6, 7. Hier nochmal so viele. Hier sind nochmal drei. Und hier in Kanada waren doch ziemlich viele, oder? Nö. Ah, hier. Die stehen, schau mal, die stehen hier alle. Jetzt ist tatsächlich die Frage, wie viele befinden sich hier in Virginia? Sind da wirklich so wenige? Das werden wir herausfinden. In den nächsten Folgen unseres Unabhängigkeitskriegs. Bis dahin alles Gute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich freuen. Euer Gaius Julius Cäsar. Und abonnieren nicht vergessen.